Anthropogene Schadstoffe aus Industrie und Landwirtschaft sind eine Gefahr für die aquatische Umwelt. Eine umfassende Charakterisierung der Wasserproben auf unterschiedlichste Schadstoffe mittels instrumenteller Analytik lässt sich aufgrund des Aufwands nicht bewerkstelligen. Daher kann die wirkungsbezogene Analytik genutzt werden, um Aussagen über die biologische Wirksamkeit einer Probe zu treffen. Ein Beispiel stellt der Acetylcholinesterase-Assay zum Nachweis neurotoxischer Substanzen dar. Dieser Assay kann in Mikroteterplatten oder mittels Dünnschichtchromatographie durchgeführt werden. Die Dünnschichtchromatographie ist ein leistungsstärkeres Verfahren, das jedoch mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden ist. Da es sich um repetitive und monotone Handhabungsaufgaben handelt, bietet es sich an, diese Schritte mit Robotern zu automatisieren. Vorteile sind beispielsweise eine höhere Reproduzierbarkeit und Produktivität sowie niedrigere Fehlerquote. Zudem schafft der Ansatz freie Kapazitäten für das qualifizierte Laborpersonal, um komplexeren Tätigkeiten nachgehen zu können. Dem Institut für Umwelt und Energie, Technik und Analytik, kurz JUTAR, ist es gelungen, ein flexibles Automatisierungskonzept zu entwickeln, das durch die Labormitarbeiter selbst umgesetzt werden kann. Um dies zu erreichen, verwendet das JUTAR einen kollaborativen Roboter. Für die Programmierung wurde die ArtyMinds Robot Programming Suite, eine herstellerunabhängige und intuitive Software, verwendet. Mit ihr lässt sich der Gesamtworkflow per Drag & Drop aus vorprogrammierten Bausteinen zusammenstellen, parametrieren und simulieren. Gleichzeitig besteht jederzeit die Option, den Roboter per Teach-In-Verfahren zu programmieren. Der Aufwand bei der Anbindung einer speicherprogrammierbaren Steuerung oder von Robotik-Peripherie-Zubehör wie einem Kamerasystem wird durch integrierte Schnittstellen minimiert. So ist das Laborpersonal in der Lage, komplexe Workflows zu automatisieren, ohne dass Kenntnisse in textbasierten Programmiersprachen notwendig sind. Durch die Automation der wirkungsbezogenen Analytik können Einflüsse auf unsere aquatische Umwelt schneller erkannt und die Identifikation von Wasserschadstoffen mittels instrumenteller Analyseverfahren beschleunigt werden. Das flexible Automatisierungskonzept am Juta gibt einen Ausblick in die Zukunft des analytischen Labors und zeigt das große Potenzial, das die roboterbasierte Automatisierung bietet. Wir sind davon überzeugt, dass Roboter und Robots bester Bestandteil im Labor der Zukunft sein werden. Auch heutzutage ist es schon möglich, die Workflows ohne Programmierkenntnisse mit intuitiver Software selbst zu programmieren und somit ist es auch möglich, sehr aufwändige manuelle Laborprozesse selbstständig zu automatisieren.